Ich muss öfters nur auf die Uhr gucken, Alter. Ich meine, die letzte Folge war jetzt genug eine halbe Stunde. Aber ich wollte die letzte Folge jetzt ein bisschen kürzer machen, damit ich wieder in meinen Rhythmus reinkomme. Weil die allererste Folge diese Woche ein bisschen länger geworden ist. Egal. Achso. Jetzt komme ich gar nicht durch. Oh. 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 Zwei, zwei, zwei Woe 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 Hier schon Okay, äh, ja, komm her So, da ist ein, dieser uns da Kann man das hier noch öffnen Oh, okay Oh nein Nein Diese ständige Rein-Teleportierer, alter Ich habe so hart keinen Bock auf dieses Rein-Teleportieren, auf diese Vögel Was war das denn gerade? Was hätten sie so schon wieder gesporen? Alter, ey Oh, okay Oh, okay Oh, okay Oh, okay Was heißt das denn das für Türgerlein? Gut zu wissen Boah, alter Wo denn, wo ist der auch, alter? Alter 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 Jetzt Oh, da ist Rüstung. Kommen wir da ran? Ja, kommen wir. Die Frage ist, ob wir wieder zurückkommen. Nein, kommen wir nicht. Oh, das ist aber nicht nett. Oh, Alter. Hier war ich noch verarschen. Ah, das war die Tür, wo ich am Anfang rauskam. Lass mal hier ausräumen. Oh, da war ich noch viel wieder. Hä? Ach so. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich nicht nach oben geschossen habe. Aber unter mir war ich hier. Ich war ein Sumpf und Viech. Ist das hier links von dem Fahrstuhl? Sieht so aus, oder? Hä? Hä? Ah. Ah, okay. Ja, jetzt bin ich hier. Auf dem Ausgangspodest. Oh. Das ist aber hübsch. Nein. Leck mich doch. Äh. Die Frage ist, was ist jetzt hier was? Da ist, komme ich da auf? Scheinbar nicht. So, hier war ich bereits drinnen. Da kommen wir noch nicht rein. Nope. Oder können wir so überspringen? Nee, nie im Leben. Da komme ich nie im Leben rein. Können wir aber schon vergessen. Machst du denn schon wieder? Du kommst jetzt mit gar nichts. So, gehen wir mal hier hin. Vielleicht kommen wir von hier. Oh, wo ist das denn? Moment mal. Nö, okay, gut. So, wo war das hier das komische Dings? Da, nee. Da war das Dings. Kommen wir schon auf die Räume? Mal gucken. Aha. Ah, okay. Gut. Das war's aber auch schon. Ich weiß nicht, ob er das gemacht hat. Wir werden es auf die Tafan. Alsbald. Also darfst du schon gerne rein. Ich weiß nicht, ob wir da reinkommen. Oh, nein. Das war ein bisschen zu repartieren. Danke. So, hier haben wir jetzt geguckt, hier haben wir alles, ne? Warte, du bist doch was. Oh, oh, oh. Puh, was soll ich jetzt hier machen, Alter? Gut, wir gehen jetzt mal zurück, gucken, ob sich Jungen was getan hat. Oh. Oh! Lull! öh? Komm, lass mich einfach mal runter. Woh, oh, oh. Nein, 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 nein. Ich hau nicht, hell, 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 hell. Danke. Schick, okay, im Gang. Woh! Ja, ist der Trigger-Line Wow Ah, super Gibt es noch mehr Trigger-Lines? Ja, gibt es Wo? Okay, hier ist ein Teleporter Sind wir? Okay Wow, du Scheiße Helfen, da kann ich dir raus Warte, das ist ja Plattform heißt Was? You hear Plattform moving in the distance Wow, ist ja auch voll aussagekräftig Alter Wie können diese Bastarde sich hier so oft rein teleportieren? Ja, ja klar Hier hat vier natürlich auch Ja, ja klar Hier hat vier natürlich auch Verdammt Warte Ja, sicher Verkauf Warte Dauer Oh, das war mal, ne? Bis ich die Aluminium raus habe, kommt die nächste Spawnwelle. Das ist so dumm einfach. WTF? WTF? Sag mal, hier sind überall solche Dinger. Das ist ein Video. Okay. Okay. Ah! Ähm, achso, komm mal gleich. Na? Und jetzt? So, hier... Jetzt noch ein Abzweig. Achso, ein Teil raus. Gut, dann geh ich gerne mal wieder rein. What the fuck? Alter. I don't like this. Ey, leg mich doch, leg mich doch. Ach komm ey, jetzt ist doch immer das reiche hier. Warum kann ich überhaupt wieder raus? Uah! Da ist ja auch noch einer, da sind überall welche. Komm mal her. Fuck. Ja, da kann ich nicht einfach mal vorbeilaufen. Jetzt regiert noch... Ach komm, Mann, das ist doch Bullshit. Gut. Ja, sorry. Dann... Du kommst einfach nicht voran. Du brauchst jedes Mal ewig, um diese Scheiß-Fiecher zu erledigen. Und wenn du sie dann irgendwann erledigt hast, hast du 5 Sekunden Zeit, bis die nächste Welle kommt. Dann musst du die erstmal erledigen. Oder wieder 5 Minuten weiter... äh, 5 Sekunden weiterzukommen. Wäre ja schön, wenn es 5 Minuten wären. Naja, das ist ja sowas von dumm. Wer ist da? Oh! Oh! Ah! Ffff, wah! Wuh! 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 Ah, schau mal in der Kugel. Na komm jetzt. Oh, guck, Auto-Aim. Durch Blut, Rani, durch Blut. Und wo höre ich noch welche? Oh, oh, hier geht es aber tief runter. Moment mal, von wo kommen wir jetzt eigentlich? Ah, ja, kommt wirklich. Ja. Hä? Achso, wow. Ist ja süß. Jetzt bin ich gerade raus. Da, wo wir gerade waren. Haben wir jetzt schon alles gemacht? Oh Gott, Alter, ich bin gerade... Oh. Haben wir hier alles gemacht? Ich weiß es gerade richtig nicht. Hätte ich ja wieder hier. Hä? Oh, falscher Ausgang. Oh, komm, wir sind ja gut jetzt. Das war der falsche Ausgang. Du kommst ja gar nicht hoch. Wie komme ich denn jetzt wieder raus? Wie komme ich gerade raus? Achso. Oh, in welcher Richtung muss ich? In die Richtung. So, und jetzt? Hier? Ja, genau, hier lang. Jetzt bin ich ja wieder hier. Habe ich da jetzt schon alles, oder was? Ah, ich habe alles. Wo bin ich das? Wie gesagt, er hat sich zum Handvoll teleportiert. Aber wann habe ich denn diesen letzten Diamanten aufgesammelt? Keine Ahnung. Boah, Alter, das ist so... So viel Input mit einmal. Diese ganzen... Aber warum bin ich jetzt hier? Sehr weird. Ich bin quasi wieder in der Vor-Hop. In dem allerersten Level sind wir wieder. Klappe da draußen. Ach, lol, hier ist offen. Na, schau, du Scheiße. Also ich kann mich noch nie dran erinnern, wieder in die erste Map teleportiert worden zu sein. Gut, allerdings habe ich auch die erste gehabt, noch nie vollständig geschildert, gelöst. Von daher... Oh... 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 So, warum war ich jetzt gerade hin? Okay. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Also wir haben Räume. Wir haben Tafeln. Oh Gott, nicht so wie das ein Tafelspiel. Hier haben wir... Oh, wir haben ein Symbol auf dem Boden. Ist aber immer das gleiche Symbol. Ah, hier haben wir auch noch eine Tafel. Hier haben wir eine Tafel. Hier haben wir auch eine Tafel. Und hier haben wir Schalter. Okay, das heißt, ich muss jetzt was genau machen. Ähm, speichern. Bei solchen Rätseln immer zuerst speichern. Äh, Symbol Unlocked. Aligned? Was für ein Aligned? Kann man die bewegen? Nö. Hier ist nichts, da ist nichts. Da muss man da etwas... Moment mal. Ah. Hä, aber die kann ich nicht bewegen. Und Aligned heißt doch gleich. Das heißt, sie müssen gleich sein. Und sie waren am Anfang aber gleich. Am Anfang waren alles diese blanken Seiten hier. Das macht so überhaupt keinen Sinn. Das macht so überhaupt keinen Sinn. Ja, die sind gleich der Beute. Da ist jetzt auch ein Kreis. Oh! Oh! Was ist hier? Oh! Es ist hier. Oh! Oh! Es ist hier. Kommt das jetzt wieder raus? Nein. What the fuck? Okay, komm. Jetzt wollen wir mal kurz Feuer haben. Schau dir mal. Damit ich jetzt endlich mal wieder im Rhythmus bin. Äh, in dem Sinne würde ich mal sagen. Schauen wir mal vor. Okay, zum nächsten Mal. Ich habe eine10 Sekunde. Die richtig ist gut, obриз W ribbon, also den Rhythmus,